Juhu, Bock baut, oder ist ein Auftrag, er hat immer noch Gegner, Soldaten mit Gold, also komplett generell und ich weiß nicht woher, da hier unten am Hauptgebäude hat er nichts. Jetzt fährt er auf einmal hier die scharfen Geschütze auf, das ist vom Ziel, das ist nicht so das, was ich wollte. Jetzt hier mal alles lagern. Jetzt wird er mir ja die ganzen Soldaten dann schicken. Was ihr aber noch macht, was ihr wollt? Nice. Er greift mich schon wieder an. Aha, jetzt geht er natürlich genau auf das Gebäude, wo keiner drin ist. Das war so klar. Ach, wie dumm ist das bitte? Was? Was? Willst du mich veralbern? Wissen? Ey. Die Logi muss ich auch mal verstehen. So wird die Burg da oben nicht fertig. Das war's. Das war's für heute. Nö, na freilich. Wo nimmst du denn noch alle her? Okay. Na, wie kann das sein? Ich hab doch auch Generele. Wie kann der mich so fertig machen? Wat? Okay. Okay, nimm. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Natürlich. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bau diese Festung fertig. Vielen Dank. 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 Bye. 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 ... 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